Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Tageshoroskop am 21. März 2018 Die Frühlingsbeginn Tag und Nachtgleich Das war genau gestern am 22. März 2018 in mitteleuropischer Zeit 17 Uhr und 15 Minuten Warum sagt man, 21. März ist die Frühlingsbeginn? Im Regel stimmt das auch Aber was bedeutet dieser Tag und Nachtgleich Und warum war das nicht am 21. März, sondern das war am 20. März? Weil die Tag und Nachtgleich bedeutet, wenn die Sonnenbewegung die Himmelsaquador überquert Die Frühlingsbeginn, wenn das von Süden nach Norden überquert Aber weil die Sonnenbewegung länger ist als unsere Jahresbewegung Diese 365 Tagen verschiebt sich natürlich dieser Frühlingspunkt Und das haben schon die alten Ägypter beobachtet Und sie haben das in Verbindung gesetzt mit Sirius Die Aufstieg des Sirius, das hellste Stern im Himmel War immer eine Botschaft für die Nilüberflut Und damit die Fruchtbarkeit bei den Ägypter wurde auch verehrt Sirius wurde als Gottheit verehrt bei den alten Ägypter Sonne befindet sich jetzt im Tierkreis zeichnen Wider Unserem Planet Erde bewegt sich im Tierkreis zeichnen Waage Mond hat eine zunehmende Mondphase und bewegt sich im Tierkreis zeichnen Stier Ceres ist ein Kleinplanet Das befindet sich zwischen Mars und Jupiter Das sind viele Kleinplaneten Vermutlich das war mal ein Planet Also aus irgendeinem Grund ist es zusammengebrochen Und so entstanden diesen Kleinplaneten Ceres kennen wir von der Mythologie Die Römer haben verehrt als Fruchtbarkeit Göttin Und die Göttin die Ackerbau und die Natur Die griechische Mythologie heißt Demeter Die Mutter Erde, die Natur Und diese Ceres bewegte sich rückläufig in Tierkreis zeichnen Krebs Gestern war stationär und beginnt heute die Vorwärtsbewegung Dieser Kleinplanet Und hier im Krebs geht es um Fruchtbarkeit Auch Geburt von etwas Und jetzt beginnt diese Vorwärtsbewegung Was wir alle spüren, wenn es um Fruchtbarkeit geht Das etwas Früchte trägt, aber auch Schwankerschaft Und es wirkt in erster Linie gerade bei den Krebsgeborenen Da kommt etwas in Bewegung Mond bekommt einen Einfluss von Schharatan und Mesathim Und diese beiden Sternen symbolisiert die Frühlingsbeginn Und wie wirkt es auf dem einzelnen Tierkreis zeichnen Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreis zeichnen wieder in Osthorizont auf Und das bedeutet für die Wiedergeborenen Wahrgenommen werden Im Mittelpunkt stehen Und auch etwas ins Licht zu bringen Das sind die Bedürfnisse gerade Die Wiedergeborenen Die Uranusbewegung hier im Tierkreis zeichnen wieder Sorgt immer noch für Umbrüche von Veränderungen Und die beiden schnellen Planeten Das inneren Planeten Merkur und Venus Stehen in einer Verbindung Hier im Tierkreis zeichnen wieder Und das sind Gespräche, Liebe, Partnerschaft Oder eine Begegnung Aber auch eine Liebesnachricht Ist zum Erwarten Bei Tierkreis zeichnen Stiergeborenen Sind kleinere Veränderungen möglich Unterstützung kommt von außen Eine Bestätigung, ein guter Rat Oder eine Begegnung Was die liebe Partnerschaft betrifft In vertrauten Umgebung Die Tierkreis zeichnen Zwillingsgeborenen Kommen auch Veränderungen Sie haben auch gerade Chancen Und Möglichkeiten Etwas verändern im Leben Das in Ordnung zu bringen Eine gute Nachricht ist zum Erwarten Aber es ist auch gute Energie Für die liebe Partnerschaft Die Tierkreis zeichnen Krebsgeborenen Ist wichtig zu betrachten Diese Vorwärtsbewegung Der Kleinplanet Zeres Das heißt Auch wenn bis gestern alles so zurückhaltend war Oder stationär Also das heißt unbeweglich Jetzt kommt etwas in Bewegung Und all das, was sie vorbereitet haben Trägt auch jetzt Früchte Die Tierkreis zeichnen Löwengeborenen Haben karmischen Themen Und auch Aufgaben Auch die Suche nach etwas Suche nach die Berufung Suche nach dem Platz des Lebens Suche nach der richtigen Partnerschaft Aber auch neue Erkenntnisse Sind möglich bei den Löwengeborenen Ein guter Nachricht ist zum Erwarten Und Glück in die liebe Partnerschaft Die Tierkreis zeichnen Jungfraugeborenen Haben Kraft und Mut gerade Das wird auch noch in die nächste Zeit so sein Oder ein guter Einfluss von einer männlichen Person Sie fühlen sich ein bisschen unsicher Besonderes, was die liebe Partnerschaft betrifft Und bei den Gesprächen Auch die Frage Soll ich schreiben oder soll ich nicht Oder ich verstehe das nicht Also wichtig ist auch ein klärendes Gespräch zu führen Die Tierkreis zeichnen Wagengeborenen Spiegelt etwas im Leben Und das sind die Gespräche Und die liebe Partnerschaft Aber auch die Veränderungen Und nicht zurückhaltend sein Sondern aktiv werden Diese Chancen auch wahrnehmen Und auf anderen zuzugehen Die Tierkreis zeichnen Skorpiongeborenen Sollen in inneren Gleichgewicht bleiben In die Ruhe liegt die Kraft Und es brauchen gerade die Skorpiongeborenen Und so können sie auch sich beweisen In die liebe Partnerschaft Fühlen sie die Skorpiongeborenen auch unsicher Und bei Kontaktgesprächen Können sie auch nicht richtig einordnen Was die anderen meint Die Tierkreis zeichnen Schützengeborenen Haben Glück in die liebe Partnerschaft Ein gute Nachricht ist auch zum Erwarten Und Erfolg im Beruf Unterstützung bekommen die Schützengeborenen Wichtig sind die Gefühle Dass in die inneren Ruhe bleiben Und nicht zweifeln Die Tierkreis zeichnen Steinbockgeborenen Hier bewegt sich der Planet Mars gerade Das heißt Mut und Kraft zu haben Etwas in Bewegung setzen Aber Mars kann auch eine männliche Person sein Und da bewegt sich etwas Bei die Steinbockgeborenen Wichtig ist die Wünsche, Sehnsüchte Auch wahrnehmen Und natürlich das auch als Ziel setzen Und jetzt ist gerade die Kraft Und die Mut da Etwas in Bewegung setzen Die Tierkreis zeichnen Wassermanngeborenen Ist ein Aufstieg Viele Wassermanngeborenen erleben Als beruflichen Aufstieg Aber in die liebe Partnerschaft Haben auch Glück Und eine gute Nachricht Ist auch zum Erwarten Bei Fischengeborenen ist gerade eine Heilung Sie sind etwas zurückgezogen Oder meditieren Sie brauchen die Ruhe Und so kommen auch in den inneren Gleichgewicht Und spüren auch diese Stärke Aber Unterstützung kommt auch Von Umgebung Das sind die Freundeskreis Bekanntenkreis Die vertraute Umgebung Die Menschen geben auch die Unterstützung Die Liebe Die Aufmerksamkeit Und auch ein guter Rat Und das war mein Tageshoroskop Ich bedanke mich für das Zuschauen Mein Name ist Dendera Susanna Medici Ich bedanke mich für das Zuschauen Ich bedanke mich für das Zuschauen Ich bedanke mich für das Zuschauen